Ja Leute, die Monsters sind in der Medienwelt angekommen. Also um 15 Uhr, Monsters Off. Und jetzt, Achtung, um 16 Uhr kommt Norbert Blüm. Gleich um 20 Uhr hat hier die Monsters Off Liedermaching. Ein bunter Haufen Musiker aus ganz Deutschland, die sind heute Abend live in der Tufa zu sehen. Vorher gibt es Richard Max. Hallo zusammen, herzlich willkommen in TRIA. Hallo. Hallo. Dann haben wir immer die Platten mit sehr, sehr vielen, sehr, sehr guten neuen Liedern reingehört. Genau, und da wird auch das aktuelle Album reingepackt. Keine Ausnahme. Heute Abend. Es wird sehr gut, es wird ein neues Neuseil. Die haben uns so ganz großartig. Ja gut. Das ist aber die Hölle hier. Brett, du spielst gleich die Auflauffraum. Das Lied hat ja, ist das schon so ein bisschen mit, ähm, mit Pep und, 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 und Witz so. Hei liebt Pels und Pels liebt Heihe. Der brennt hier so gern, bei sein Geweihe. Ich bin hier zu Gast bei City Radio Ski, ja. Die Monsters Off Liedermaching. Die Frau, die ich so geliebt hab, ist jetzt nicht mehr da. Sie hat mich verlassen, sie hat mich verlassen, es ist traurig, aber wahr. Nicht mal für'n Abschiedsbrief verzeiht, sie vergaß in Kleinigkeit. Sie ist weg, aber ich hab noch ihre Auflauffform. Sie ist weg, aber ich hab noch ihre Auflauffform. Wie wie. Tüüüüüüüüüüüüü daueren Applaus, bitte. Die Aggaculation制 Nation. Thank you guys. Das sind die. Ja. Tschüss. Tschüss. 废wald. якorаль. Holding ungelost. Kalkolf. Tschüss. Ja. Und die!! Und diearsi fußt.